Und zwar schnell. Das ist doch wirklich ein Scherz, oder? Ein absoluter Albtraum. Oh mein Gott. Warum hast du die Waffe fallen gelassen? Ich hab nichts gesagt. Ich glaub, jeder Ton fühlt sich an, als ob er die Waffe fallen lassen soll. Oh mein Gott, wie soll ich hier durchkommen? Das sind Massen... Über die Autos. Ein paar kann ich killen, ein paar kann ich mitnehmen, aber nicht alle. Okay, okay, okay. Halte, RB gedrückt, um das Inventar auf zu hoffen. Platz aus und verzehre mit X. Got it. Okay, weiter. Waffen verfärben sich rot, wenn sie ihre Haltbarkeit verringern. Okay. Um den aktuellen Gegenstand fallen zu lassen, drücken sie nach unten. Oder fallen lassen. Komm schon! Oder weniger. Alter, das sind viele. Ich glaub, der hat's nicht überlebt. Nope. Boah, Vorsicht vor der Turbine, sonst wird man auch noch reingesaugt. Eieieiei, Cindy. Oh, Obermacker. Keine Überlebenschance, da draufgegangen. Versuch, euch ja zu retten. Sterb nicht so schnell. Habt zum Deiner. Nur wir können in der Menschen... Menschenmasse, genau. In der Masse von Zombies überleben. Den Feuerstand kassier ich gerne. Oh, ihr kassiert noch ein paar... What the hell? Aus dem Nichts. Ach du Scheiße! Wie viele Zombies sind denn da? Wow! Was? Ach, ja klar. Ich bin grad extrem verwundet, dass der E-Sport auch so viele Zombies darstellen kann. Das ist ja krass. Moment, das Ding will ich hier mal runterpfeffern. Korrekt! Yeah! Keine sind wirklich mitgekillt, aber egal. Oh Gott, jetzt springen wir in die Menschenmasse. Was sag ich mal? Menschen... Zombiemasse! Ach du Scheiße! Durch, 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 durch! Wir finden schon einen Weg hier durch. Wir müssen nicht zu lange aufhalten. What the fuck? Ey, das ist echt blöd gelöst! Ich glaub, ein so'n Snack verbraucht ein Inventable. Deshalb lässt er auch die Waffe immer fallen. Irgendwie so. Na, Radkappe. Und Orangensaft. Wazor! Hölle, wo du hingehörst! Und ich hier jetzt wiederkommen und dann Tower machen? Was? Motorrad was? Ist das ein Teil oder so? Nur ist ein Motor, mit dem wir prügeln können. Haha! Hier, du ekliger Zombie-Fang! Hab dich verkrüppelt, gibt aber keinen Zombie-Rollstuhl für dich. Um PP zu erhalten. PP ist deine Erfahrung. Erzähl mal. Muss hier durch, muss hier durch! Nee, ich kann mich unmöglich mit den Kloppen. Einfach nur so. Ich versuche nur zu überleben. Boah. Hier rüber! Darunter will ich nicht! Ha! Ja, schön fallt ihr da runter, ihr Vollidioten! Zombie-Pit! Hier rüber! Oh, der ist da Party am Machen! Der ist da am Party machen! Ja, du hörst nie auf mich! Dann kloppe ich dich da rein! Hoffe ich doch mal! So viele Zombies und der überlebt das, ey! Der Typ hat Glück ohne Ende, mir ist das nicht! Ronda, lass mich rein! Komm schon, komm schon, komm schon! Meine Güte, was war das? Als hätten wir nicht genug Probleme! Okay, Nick? Hi, Annie. Ich dachte, ihr wärt tot. Was gefunden? Essen oder eine Knarre? Hab das gefunden. Könnte nützlich sein. Ich muss hier raus, Mann. Hast du noch eine Familie? Eltern? Nein, nichts. Ich auch nicht. Manchmal ist man so besser dran. Die letzte Dosis? Wir haben fast nichts mehr. Wenn deinesgleichen ordnungsgemäß Sombrax Chips tragen würde, hätten wir nicht diese Probleme. Die werden per GPS verfolgt. Das sind Gefangene. Sie befolgen das Gesetz. Diese Chips enthalten Sombrax, damit aus Infizierten keine Zombies werden. Oh ja? Hat wohl nicht geklappt. Sieh mal raus. Ach, ihr Illegalen macht nur Ärger. Haltet die Schnauze. Sie werden uns noch hören. Hör ruhig dich doch einfach mal, Arschloch. Solange die draußen sind, müssen wir uns keine Sorgen machen. Äh, nein, ausschalten! Äh, nein, ausschalten! Gott, nein! Ich will nicht sterben! Nein, 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 Mutter, Mutter. Es wird alles gut, okay? Okay? Ich werde dich immer beschützen. Oh, bitte! Ich habe Angst! Oh mein Gott! Seht euch den an! Als ob er etwas von seinem früheren Leben wüsste. Wir werden alle sterben! Nein! Nein, Mutter, nein! Geh nicht da raus! Nein! Peter, nein! Hey Mann, nein! Ah Gott! Nein! Hilfe! Nein! 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 Scheiße! Okay, Leute, gleich müssen wir rennen! Wohin sollen wir denn? Meine Werkstatt, in Inglinton. Die Mauern sind dick, dort können wir nachdenken, vielleicht geht der Fernseher. Wir müssen weg, okay? Aber ich gehe in keine Werkstatt. Meine Leute erwarten mich. Kleine, bleibt besser bei uns. Ich versuche mein Glück. Jenny! Nick, die Zombies kommen jede Sekunde rein, wir müssen was tun! Wir haben nichts, um sie abzuwehren! Du bist gut im Reparieren, hier liegt doch eine Menge Zeug rum! Vielleicht kann ich was basteln. Und zwar was richtig Episches. Ich fand das voll lustig, wie der die Gedärmänner an die Wand geworfen hat. Wo ist dieser Vorschlaghammer? Vorschlagsäge, da. Okay, er B gedrückt. Kombo. Ja, voll ohne Werkbank sogar. Oh mein Gott, unser erster selbst gebasteltes Ding. Die Vorschlagsäge. Hoffen wir es einfach mal. Wenn nicht, wetzeln wir uns durch. Bereit? Bereit, bereit, bereit. Boah! Verregt, ihr Viecher! Gut gegen Massen von den Zombies. So wie hier. Oh! Dann passt doch auf. Ich hoffe, die Haltbarkeit der Waffe lässt die so schnell nach. Voll in der Mitte durch. Das ist ein ziemlich geiles Ding. Was man alles mit Tesafilmen so zusammenbasteln kann. Die Tesafilmwaffen. Created by him. Nick. Only for him, not for her. Bewegung! Da kommen sie! Ein übles Ding! Uh! Hahaha! Herrlich! Moment, 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 Moment. Ich mach dir jetzt! Hier liegt eine Pistole. Die lasse ich doch nicht liegen. Oh, ein Kanister. Oh nein! Nein! Okay, weiter, weiter, weiter. Hier sind zu viele. Komm schon, go, go, go! Moment, da liegt doch noch was drin. Haben wir denn da? Ähm. Noch eine Chainsaw sehe ich gerade. Den nehme ich mit. Nein, scheiß auf den Karton. Der muss sicher wehtun. Der schafft ja wieder den Karton auf. Das ist ein bisschen ungenau. Aber nur ein bisschen. Was haben wir da? Ein Fleischbeil. Können die nicht so wirklich kombinieren. Nope. Bleibt bei meiner wunderschönen Säge. Die Werkstatt ist nie allzu weit. Na, das ist doch praktisch. Rein zufällig fährt das Ding wahrscheinlich auch noch. Oh mein Gott. Ab durch die Zombies. Wuhu. Ich ramme euch nie, als er quetsche eure Schädel mit den Reifen. Wuhu. Zombiegemetze. Einfach mal so durch, ne? Macht man ja jeden Tag heutzutage, ne? So ein Brötchen sonntags holen, erst mal so 10.000 Zombies überfahren. Oh, wir können sogar driften. Fuck yeah. Driften wir die Zombies kalt. Boah, einfach knallhart überfahren. Loslassen, du Alte. Oh shit, durch den Zaun wollte ich nie. Lockt das nicht noch mehr an. Ich kann nie aus dem Auto. So, jetzt komm hier. Will er nicht mit uns mitkommen? Mann, du Idiot. Uns wärst du besser aufgehoben. Lokaler Held. Und weiter geht die wilde Zombiefahrt. Weg mit dir. Shit, jetzt wirst du Fuß weiter. Jetzt ist, glaube ich, alles versperrt. Hier steckt das Ding auch nicht mehr weg. Oh, hier geht's weiter. Bitte halt noch ein bisschen durch. Nein! Hier sind Dinger, die hab ich ja nie gesehen. Verzweifelt suchen wir nach einem Weg. Da ist aber nix. Und ein paar mehr Platz fahren. Ich bemühe mich. Ich schieße doch nicht auf uns, du Blöde. Schön. Hey, können wir hier runterfahren? Jahu. Dann wird zwei erreicht. Okay, Kombi-Kategorien. Ich hab noch nicht alle Tribute, äh, Attribute eingelöst. Der hat Logo. Ähm. Manche Verbesserungen kosten mehr. Alles klar. Töte Zombie, schließe Nebenmissionen ab. Alles logisch. Drei weitere Reiter, ja. Bodyslam. What the hell? Oh, ja. Richtig heftige Wrestling-Move. Das können wir gebrauchen. Kombi-Kategorien. Vier Räder klein. Was haben wir denn noch so? Für Klingenwaffen bin ich. Die liebe ich, die Dinger. Ja.